Ja, willkommen bei Let's Play Team Fallout 2. Es ist ja schon lange her, seit ich den letzten Part hochgeladen habe und jetzt geht es wieder weiter. Uns bei mir beigeschaltet ist Tobi, aka Balzer LP. Schönen guten Tag. Was für LP? Ich bin kein Let's Player, das weißt du. Ja, eben nur Balzer, whatever. Ja, hi. Ich habe mir dazu überredet, dass wir heute mal Man vs. Machine zocken. Ja, das ist eigentlich noch ein richtiger Anfänger, da ist eigentlich noch nicht wirklich gezockt, ne Kevin? Ja, ich weiß. Ich habe mich gerade vergessen zu skillen. Ach Mensch, ich bin so schlau. Weißt du, wie man es im Moment spielt hier? Achso, scheiße, ich habe total vergessen. Anfangs war ich total gerade gedankenlos und... Ne, ich wechsle wieder in die Klasse. Ich nehme mir das... Du bist aber nicht Pyro. Pyro haben wir schon. Ja gut, dann bleibe ich bei ihm. Ist ja egal. Aber ich glaube, ich brauche eine andere Ausrüstung. Ach, was soll's. Ey, du musst dann nur deine Haftbomben da skillen, okay? Also keine Schadensresistenz und alles. Ich habe gar keine Haftbomben. Ich habe gar keine. Ich habe die Schwertdingens. Also dann nimm die Haftbomben. Gut, wenn du es sagst. Ja, mit dem Scherk komm ich nicht weiter. Ja, ja, ich glaube es. Ich lebe dich sogar schon zu. Echt? Ja, siehst du es nicht da unten. Ach, sie haben... Oh, use a stick-a-launcher. A grenade. Mein, die fressen. Die haben Nerven. Ja klar, man. Als Dibu-Ritter, da machst du nicht viel. So, okay. Kannst du schon mal einen einfachen Runden... Ach so, ich war gerade gedankenlos. Tut mir leid, Leute, ihr Hater, whatever. Wie das ist? Zum ersten Mal. Ich glaube, ich häng. Ich gewinne doch nur auch so ein Anfänger. Hier, frisst mein Hintern. Frisst meine Shorts. Ha, für Schottland. Jetzt wechsel endlich mal deine Waffe. Ich habe sie doch gewechselt. Ah, so. Siehst du, ich habe die hier. Ja, perfekt, perfekt. Und das gilt dann nur auf Schaden und auf Nachladen. Hab ich. Perfekt, alles klar. Ah, jetzt bin ich hier schon ziemlich gereizt. Das ist am Anfang des Parts. Am Ende des Parts bin ich zum Angry German Kids. Oh, 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 oh. Ich lasse mir an ein Turnover spielen. Äh, mich mache ich einen Lebenspunkt bei Abschlusskonten. Und wenn es nicht sein wird, jetzt habe ich eine Krise verbraucht. Toll, der Engineer ist zu voll, irgendwas in zu voll. Ach so, hat er schon. Ach, sorry. 3 verdammt wo geht sie lang den märzlich hier fangte schon an und dann wird das auch schon mal angespielt die mir kein stopp ja ich weiß aber das war vor Ort hat es war vor zehn stunden ja passt doch bereit aber doch bereit rücken uns das hätte gleich machen sie sich umfragen weiße scheiße die so wie scheiße ich bin ich habe alles enthält und mann die werden nicht so so zu flamen oder gleich kicken oder war sie ist jetzt schon da habe ich den lochneser keine gute wahl der lochneser ist doch gut ja aber der hat nur zwei schüsse kannst du erst gehen später hier ist massenproduktion angesagt sagt man betriebswirtschaftslehre immer ich möchte euch nieder bitte ich bin kein verdammter jurist aber ich habe wirtschaften zu tun aber ich habe wirtschaften zu tun hey du Fettsack huch was ist passiert er ist selber gekillt und mich auch super ich habe das was dort es ist ich bin ich bin die 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 ich bin weil ich das weil wir die Bastard Ich hasse ihn Kuch, Hilfe Das war ich da eigentlich Ich bin so blöd zum Spielen Aber ich mach Kills Das ist doch das Wichtigste Aber ich würde nur Haftboppen verwenden Da würde ich einfach Keeper mit Oh wie der war Mann, so viele Leichen Das heißt, der Leichen ist ein Roboter Ja, geh Bislang bist du für eine Scheiße Entschuldigung Oh mein Gott Hilfe Species Wen soll man ausschließen Also dich nicht Bastard, den würde ich gerne ausschließen Da kommt der Alter, ich wollte die Ah, scheiß Ball Ich wollte sie gerade zünden, diese Haftboppen Aber dann Komplett ist der Fall Dampesfall Ich habe irgendwie Beug getrunken, aber ich bin hier verwundbar gewesen Das war der Verbrauch Ich bin dann vielleicht ein bisschen Die machen so hohen Schaden, dass sie durch deine Unverwunderkeit gehen Die Autos hoch Alter Nein Ah, konnte gerade noch zünden bevor ich gekillt werde Das verdammten Heavy Weapons Geister Ich bin froh mit diesem Mann Ich bin froh mit diesem Mann Und das ist mein Weapon Ich bin froh mit dem Der ist schon Boah, die nerven echt Ja, jetzt habe ich meine kugelsichere Wäste auf Pluses 3 gemacht Ah, komm schon Kugelsichere Wäste, achso, du gehst dich auf Verteidigung oder so wie ich gesagt Ja, ich bin der primierte Geldensabler Achso, ja, stimmt Was ist mit dem Teleporter passiert? Achso Der hat nur Stuke 1 Ah, toll, das habe ich Kann ich alles einsammeln Ja Hey, ich bin auf deiner Seite, Kollege Ja, cool, der Palo geht ab Ist doch gut Wow, was geht denn da? Ja Hi Rocket in the house Oh, Engineer Everybody just have a Good time Good time End time würde ich nicht mehr sagen Mist Fast hätte ich den Kapitel gescheißen Ja, okay, und ist eh schon rum Perfekt Achso, wie Mist Fuck Das Geld liegt hier förmlich schon auf den Straßen Ein Parasies für Mr. Krabs Was hat das jetzt bitte? Was, Angie, wake up! Also, damit meint er nicht mich, okay What are you crying about? Die Chance ist aber der Hammer hier So gut, was skil ich denn jetzt? Ich würde sagen, den... Mensch, er hat doch gut gespielt, die Runde Weißt du, was der hat? Ich skil jetzt die Moni vom Loch Nesser So Boah, jetzt habe ich 40 Schütze im Loch Nesser Übel Toi Was findet der Ingenieur Sie haben letzte Runde gut Schaden rausgehauen mit der Sentry Ja, die Schütze war super Ich hab die zwei nicht bemerkt, aber die war super Hm? Ich hab die zwei nicht bemerkt, aber die war super Ja, die kleinen Fuzzis aus der Becke halt, ne? Oh nein, jetzt kommen die Sniper, ne? Ne, das ist ne andere Map Ach so, das ist ne andere Map Ööööö Ja, ich bin auch ein bisschen erkältet So sehr, dass ich mir jetzt Socken anziehe, Moment Ey, warte, ich bin... Ah, das ist klar Hör auf mich zu schlagen Auf mich zu schlagen, Mensch Was machst du? Ich... ähm... Tue tanzen Soll, Leute, dass es jetzt immer der Play machen muss, aber muss es sein, sonst bin ich krank und kann die nächsten paar... Wir müssen eh warten Soll ich den nächsten Teil nicht mehr aufnehmen, so Was wolltest du sagen? Äh, wir müssen eh warten, daher ist es eigentlich wurscht OMG, lol, dead, don't cry Same to you Ah, das ist unenglisch, hab ich auch Calm down, guys Was heißt calm down? Umdrunter Put den Spenzer auf den Werk Werk Put, put, put den Spenzer hin Soll ich ihn nicht lösen, dann Also, ich muss ja f-f-f-f Ja, das kommt schon, ihr scheiß Robo-Pussys Bist du tot oder was? Ne, ich lebe nur noch, ich lebe nur noch Okay 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 Weil so ein Scout so hässlich was gelacht hat Die machen normalerweise immer taunt, wenn sie sich abschießen Da kommt ja keiner mehr raus Hallo? Wo seid ihr? Da kommt keiner mehr raus Ah, es sagt Ja, es ist ein Panzer da Ja, kommen wieder welche Das ist ein Tank da, jetzt Sie gehst nicht auf den Tank Nein Aus dem Grund Sie Ich bin ein Kumpel Nein, die Fräse Servoo I'm on your side, Mottof Nein Das ist ein verdammte Buffs Lalalala 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 Okay Ey, mit dem Schwert den Panzer angreifen Äh, mit dem Schwert den Panzer angreifen Äh, dieser Panzer wird nicht durchkommen Da hast du schon ehrlich verhindert Oh, die Runde ist ein Scheiß grad Aber wir gewinnen Echt? Ja, der Panzer ist fast down Das hat nichts zu sagen Die Runde ist an sich mal halb rum Und ich misse grad total viel Geld Stirb Okay, der Panzer ist weg Dauer und zwar genau jetzt Das ist gut Oh, Money Money Boy Schwack, YOLO Oh Der Heavy gibt uns auf die Eier Oh Gott Hilfe Ah, Hilfe Tobi Ah Oh mein Gott Oh mein Gott ... Hey, der Rückenkratzer Den hab ich noch gar nicht Glaube ich Nicht? Ja Ich hab fast gesagt, dass ich hätte ihn dir gehandelt Das ist nicht gewert. Alle, die fügen ja gar nicht sehr aufbomben. Die Haftbefehlbomben. Oh Gott! Nein! Ich halte ihn auf! Ja, ganz knapp. Ich habe zu Tode verurteilt mit meinem Kriegsfächer. Oh, scheiße. Was war das denn? Warum man sagen, das war eine Maschine? Das ist ja echt schlimm. Dann tun wir mal ein bisschen das Feuer auf mich denken. Bitte? Verdammt! Ah, Sniper! Genau! Oh, fuck. Ich glaube, da können wir nicht mal drum. Das Problemchen. Was für ein Schrott. Verstehst du? Schrott. Auf den Weg, ihr Scheiß. Ihr könnt gar nichts. Doch rumstehen. Abgesehen von rumstehen. Da vorne ist ein Sniper. Spiel dir mal bitte. Ja, ich bin nur unterwegs. Denkst du, Leute? Da steht ein Scheiß-Sentry da oben. Echt? Ja. Wo denn? Da, wenn du da dieses Ding da hochgehst. Oh mein Gott! Oh Mann, ich habe keine gute Arbeit. Macht die Runde. Oh Gott! Scheiße! Nein, die legen noch meine Haftbomben. Nein! Weil ich würde die gerne noch in die Luft jagen. Aber ich glaube, die sind nicht mehr da, oder? Kann schon Fallen legen, gell? Was legen? Fallen! Ey, die legen mich gleich um! Hahahaha! Oder auch nicht! Brauche leben! Na, schon wieder geschafft! Hey, der Dispenser ist zerstört worden! Einfach so! So! So, was geh ich mich denn jetzt? Äh, äh, äh... Jetzt habe ich dreimal Explosion und dreimal Kugel-Resistenz und Grint-Resistenz habe ich jetzt da voll. Ich glaube, ich mache mir jetzt auch eine Resistenz und zwar gegen Kugeln! Nein, mach dir keine Resistenz! Oh nicht! Moment, das brauchst du nicht! Okay, äh, dann mache ich einfach mal... Nachleidegeschwindigkeit! Ne! Ja doch, mach das! Aber für deinen Sticky-Werfer, für deinen Haftbomben-Dingsen! Na gut! Den Loch Nesse brauchst du nicht Pumpen! Oh, ich mache Magazin-Größe! Genau! So! Ja, das kannst du auch machen, aber den Loch Nesse lieber dich nicht skillen! Es lohnt sich nicht, da ist der Haftbomben-Werfer euch später richtig wichtig! Den hab ich aber schon geskillt! Hihihi! Hey, ich was auch schon da geskillt? Nonition! Hm... Ja, gut, wie oft? Es sind sie draußen los, der weckt gerade nen Hund! Total verrückt! Neumann Eles weh, lassen sie die Hunde los! Verdammt! Also Falls egal, dass so n Hund hört, dass ist äh der verrückte Hund, ja jetzt auch! Häh! Ja ne, hör freilich,isch zu Bescheid ne! ich stelle mich nicht bei der arbeit ich bin hart am arbeiten wie ein deutscher bin ich hart am arbeiten oh ja packen mit dem arsch komm mit mir brau ja übrigens wird dieser part einfach so beendet werden weil ich so lange spiele bis mein speicherplatz voll ist und ein jahr da wird hier als die mission nicht gespeichert also der nächste part der wird wieder ein anderes match sein nur als nebeninfo für euch jetzt wieder zurück zum spiel ich glaube ich muss mehr zum spiel kommentieren als mit mit dir zu reden glaube ich nur was soll sie wollen wir aufmerksam und ich glaube ich sollte mehr kommentieren als mit dir zu quatschen ok erhält weil sie es jetzt aber in die rauskommenden und ich bin noch zu zweiter wo ich dir alles kommentieren was du machst ok 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 stimmt was er hat zum beispiel weil ich jetzt das ist kommt die robo auslöcher aber auch ist zu früh akkomm epic fail schweiz ich hätte mir die nachlei geschehen mann mädig wäre echt super ja falls ich verliehen geht's auf mein kopf total scheiße gerade jetzt ist gesehen ich hab's aufwand ich hab's aufbauen ist durch das blut durch die europäische auch sehr schön und die robo erste nur noch so viel schaden und die geist resistent